Landauf, Landab. Sommergeschichten aus der Schweiz. Nico Bircher nimmt sie mit auf eine Entdeckungsreise rund ums Stanzerhol. Luftfanatiker und tierische Begegnungen. Ich bin nach Hause zu erzählen, dass es eine grössere Tierenergie gibt, als wir schon haben. Am Mittwoch, am 5.08 Uhr auf Sat1 Schweiz. Landauf, Landab mit Le Petit Chevrier. Feiner Schweizer Geissenkäse. Denner. Der Schweizer Discounter. Und Tierwelt. Zeitschrift für Tier und Natur.